Musik Was geht ab Freunde Sascha von ScaleGamingTVs Video und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Balotelli's zweite Chance wir haben jetzt also schon F5 Silberspieler nach den Silberspielern kommt ein non-wear italienisches Team mit Balotelli von und dann das seltene Goldteam worauf wir warten und damit spielen wir dann den Golfpokal nochmal zur Regel ja Pascual oder wie man ausspricht haben wir mit dem Team Caldiroda von Bremen Gambarini Rechtsverteidiger ist bei uns der gute Francesco Pisano mit 90 Tempo da wollte ich nicht extra Arbato verkaufen weil Arbato kostet 50.000 und ein Tor haben wir Storari Balotelli zwei Spiele unglaubliche fünf Tore einfach nur ein heftiger Stürmer da vorne drin und ja ich wollte mich nochmal bedanken für das Feedback ich glaube so elf bis zehn bis zwölf Likes waren das jetzt bisher Dankeschön und ja wie im Hintergrund gesehen haben wir jetzt auch neue Trikots natürlich die italienischen Trikots das blaue Heimtrikot und das weiße Auswärtstrikot habe ich in der ersten Folge angesprochen habe das dann auch ist mir dann noch eingefallen dass ich noch die Trikots ändern muss hier ist unser erster Gegner für diese Episode will wahrscheinlich ein Serie A-Team machen wie es hier aussieht Ogbonna De Sanctis im Tor Strohmann Destro Daniel Invertreter Mano Lasso oder so naja egal das ist also ein naja nicht so gutes Team meiner Meinung nach wir springen jetzt aber einfach mal rein in die erste Szene ist in der 15 Minuten natürlich Balotelli mit der ersten Möglichkeit was für ein Schuss an den Pfosten aber leider nur an den Pfosten jetzt sind wir schon in 28 Minuten kurz ausgeführter Freistoß aus Pisano Pisano ist einfach richtig richtig schnell wie man hier auch sehen kann bringt jetzt die Flanke hinein da hinten ist Pegassi und er holt einen Elfmeter raus ja wie ihr in der Wiederholung gleich sehen könnt ja muss man nicht gehen kann man aber gegen äh ich wusste auch nicht was da jetzt gerade los war aber dann hat er Schiedsrichter auf einmal auf den Punkt gezeigt und dann war es Elfmeter hier zu sehen ja muss muss der Verteidiger eigentlich nicht hin aber war ja seine Sache also er verdient äh den Elfmeter kann man ruhig geben und natürlich schießt den Elfmeter Mario Balotelli wäre das sein erstes Tor in dieser Episode sein sechstes insgesamt Balotelli gegen De Sanctis Balotelli macht ihn rein ganz sicher in die Mitte ein bisschen weiter nach rechts also so doch schon in die Mitte in der 32. Minute führen wir also mit 0 zu 1 jetzt kommt mal unser Gegner über Destro der ist einfach joa denke ich mal schnell aber der Abschuss war eher schwach ja und danach ist nichts mehr passiert wir führen zur Halbzeit mit 0 zu 1 ich würde mal sagen verdient wir haben deutlich mehr Schüsse der Gegner hatte nur einen Schuss und das war mit Destro hier gleich mal Anschluss durch hier Bigasti unser rechter Mittelfeldspieler Bronzespieler muss man hier merken wie er hier einfach durchgeht und dann auch eiskalt abschließt einfach richtig richtig stark gemacht von Bigasti zum 0 zu 2 für uns in der 47. Spielminute hier gleich mal noch in der Wiederholung zu sehen der Gegner hat richtig schlecht verteidigt ja also das Verteidigen in die 4.15 ist schon schwer aber den hätte er eigentlich haben müssen habe ich selber gewundert aber naja ist für uns natürlich gut jetzt springen wir jetzt schon in die 80. Minute da hat Balotelli hier den Ball richtig stark gemacht gegen 3 Spieler jetzt noch den 4. aufsteigen lassen jetzt mit der Schussfunde nach innen und haut den Ball rein in der 80. Minute was für ein Solo-Trip da von Mario Balotelli eiskalt auch noch abgeschlossen also richtig richtig starkes Tor da mit dem Schop rein mit der Schussfunde rein und mit dem Außenriss natürlich zum 0 zu 3 danach ist nichts mehr passiert wir gewinnen also mit 0 zu 3 und Balotelli seht ihr hier erfreut sich richtig dass er zwei Dinge gemacht hat und dass wir auch noch mit 0 zu 3 auswärts gewonnen haben Balotelli 11 Meter Bigassi 47. Balotelli 80. haben die Dinge gemacht für uns Spieler des Tages ist natürlich Balotelli mit einer Wertung von 9,1 wir haben 1.715 Münze bekommen wenn wir ja noch diesen Boost haben und ja wir hatten mehr Ball besetzt deutlich mehr Schüsse und das heißt also zwei neue Spieler kommen in unser Team rein das ist einmal Pinzi eine defensivere Variante da als Z-Aim ich wollte ihn hier umballen weil die Umwandlungskarte sehr viel kostet starke Defensivwerte soll nach hinten arbeiten Saponara ist eher offensiv da hat nur 30 Defense also ist schon ein offensiver Spieler da 4 Sterne schwacher Fuß und dann sonst auch gute Passwerte und gutes Tempo und gutes Tripping als Silberspieler und sein nächster Gegner hat wie ihr sehen könnt nur 54 Chemie konnte sich irgendwie nicht einigen welche Trikots er da nehmen wollte ja 54 Chemie nur aber dafür 76 Bewertung er hat einen ausgeliehenen Bronzespieler wie ihr da in der Mitte sehen könnt der Z-O-M da diesen blauen Rand das sind immer ausgeliehene Spieler da dann hat er noch Ogbonna Raul Abiyol Richards und dann ja Giroud glaube ich und Sturm und dann springen wir rein in die erste Szene wir spielen jetzt also Heim erstes Spiel auswärts jetzt ein Heimspiel die letzte Szene haben wir in der neunten Spielminute Balotelli ist schön zusammengespielt mit Bigassi Bigassi schickt die nochmal lang da ist Balotelli richtig Stück angenommen schön nach hinten gezogen und mit dem Außenriss mal wieder rein ins Glück in der elften Spielminute steht es also schon 1 zu 0 für uns also hat Balotelli mal wieder stark gemacht hier die Annahme schön nach hinten gezogen schön verladen und dann schnelles Tempo angezogen der mit dem Außenrechts Eiskite links unten ins Ex jetzt sind wir schon in der 14. Minute keine 4 Minuten später wird Balotelli wieder geschickt Balotelli wird hier gefoult und der Schiedsrechter entscheidet dass es ein Elfmeter gibt für uns und natürlich wird auch Balotelli antreten ich glaube da kommt noch eine Wiederholung oder haben wir die Übersprung der Gegner und ich ne das ist die Wiederholung hier ja auch wieder so ein Elfmeter den man gehen kann muss man aber nicht aber Balotelli ist schon irgendwie komisch geflogen also dachte ich schon dass wir den Elfmeter kriegen und den haben wir auch bekommen in der 17. Minute tritt Balotelli wieder gegen De Sanctis wie im ersten Spiel und diesmal hält der Keeper De Sanctis hält also den Ball und wehrt ihn zur Ecke ab ja wieder in die Mitte geschossen aber der Gegner ist eiskalt stehen geblieben natürlich schießt Balotelli nicht die Ecke sondern Saponara die Ecke kommt rein da hinten ist Falco ohne aber der Eckball der Eckball nicht die Eckball äh die Eckball der Eckball ist viel zu lang Kontermöglichkeit für Giroud aber starke Grecci da von unseren Imverteidiger war es glaube ich dann wieder auf Balotelli der wird das der wird den Elfmeter natürlich gut machen mit der Schuss findet er vorbei und dann aus der Drehung mit dem 2 zu 0 hat den Fehler wieder gut gemacht dass er den Elfmeter verschossen hat zum Beispiel steht es nach 20 Spielminuten schon 2 zu 0 für uns und keine 2 Minuten später also nach dem Anschluss verliert hier der Gegner den Ball pinnt sie hat das richtig stark gemacht unser neuer Spieler denn Rezu noch der Bronzespieler mit einem wunderschönen Ball auf Balotelli Balotelli ist frei durch Balotelli mit dem Job und der Keeper foult ihn genau das wollte ich ich wollte noch mal den Elfmeter haben und diesmal rein machen wie ihr selbst gesehen habt der Gegner der Schiedsrichter 2 gelb für die Sanctis ich glaube ich spreche ihn so ungefähr so richtig aus ich denke mir nicht 100%ig richtig aber das geht schon in Ordnung denke ich mal wieder tritt Balotelli natürlich an gelbe Karte dazugegeben finde ich okay rot muss nicht sein Balotelli tritt an und diesmal trifft er auch in der 26. Minute sein Hedwig also ich glaube in der ersten Folge hat er auch einen Hedwig gemacht bin ich mir aber nicht mal allzu sicher diesmal rechts oben in den Knick in den Winkel da und der Gegner bleibt wieder stehen keine Ahnung ob man nicht springen kann oder so aber das war schon echt peinlich hier wieder Gegner sich wieder durchtanken aber wir haben wieder den Ball bekommen Falcone setze ich hier jetzt mal durch Falcone ist durch 28. Minute geht dann kommt rein und es gibt wieder Elfmeter aber der Gegner hat sich gedacht 3 Elfmeter die will ich nicht haben hat also ein Ragequid gemacht keine Ahnung warum das kann ich glaube er war noch als letztes am Ball oder so war ein bisschen scheiße hätten Elfmeter noch gerne rein gemacht und 4 Upgrades geholt aber dafür haben wir also nur 3 bekommen aber das ist natürlich auch sehr gut für uns denn wir haben in unserem Mittelfeld jetzt in ganz Silber unseren Sturm natürlich auch außer Balotelli der bleibt natürlich da vorne drin Baseli ist der ZM der andere ZM der dritte ZM linker Flügel linkes Mittelfeld ist Fabio Purini von Liverpool richtig starke Werte meiner Meinung nach und rechter Flügel genauso gute Werte wie Purini nämlich Berardi spricht man so ungefähr aus beide sehr teuer linker Flügel und rechter Flügel aber ich muss das noch nächste Folge glaube ich ändern dass die beiden LS und RS kriegen aber ja 6 Chemie kann man ruhig spielen macht nicht so viel aus ich dachte das wäre RF oder ja habe ich mich drauf geachtet aber das war es auch schon von dieser Episode ich hoffe es hat euch gefallen und ihr lasst wieder einen Daumen nach oben da würde mich echt drüber freuen falls ihr noch kein Abo da gelassen habt dann lasst auch ein Abo da also Leute haut rein bis zur nächsten Folge und ciao bis zum nächsten Mal